Hallo zusammen, ich bin Heitu, zweiter Lehrjahr als Industrielackierer bei der Rudolf Maurer AG. Ich zeige euch jetzt, was ich in meinem Alltag mache. Besonderes am Beruf Industrielackierer ist, dass wir jeden Tag ein anderes Produkt bearbeiten. Das macht es spannend und eine sehr vielseitige Ausbildung. Hier stelle ich meine Lackierpistole ein. Dabei achte ich darauf, nicht zu viel Farbe und nicht zu viel Luft zu einstellen, damit ich den optimalen Farbverlauf erreiche. Die Rudolf Maurer AG zeichnet sich aus, dass sie dank der vieljährigen Erfahrung und der guten Infrastruktur jeden Schritt vom Vorbehandlung bis zum Lackieren machen können. Es ist auch toll, dass der Rudolf Maurer AG den Lehrling intensiv unterstützt und nach der Lehre auch Weiterbildungen anbietet. So wie bei Carlos, der jetzt im Büro fleissig mithilft. Für Industrielackierer muss ein Bewerber handwerklich geschickt sein, einen Sinn für Farben haben und teamfähig sowie auch zuverlässig sein. Wenn das Video dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.